Übersetz mir das. Ich möchte meinen Penis in deine Scheide stecken. Heißt in geil als Ratschlag vom Therapeuten wie? Soll ich das jetzt sagen? Das schäm ich mich jetzt einfach. Nein, du schämst dich doch für die Übergangung. Hast du Lust zu ficken, heißt das einfach. Hast du Lust zu ficken? Ja. Weißt du was, wenn ich nicht so ganz verklemmt wäre, wie ich bin, dann würde ich dich jetzt küssen. Dieses andere Modell, wo man denkt, man muss alles gemeinsam machen, das ist oft der Tod der Liebe. Und wenn ich aufhöre, jemanden zu vermissen, dann würde ich nachdenklich werden. Glück macht blöd. Das ist die zweite Folge von 40 plus, die Podcast-Therapie. Ich bin Florian Weber und ich sitze mich hin, gemeinsam mit Christian Peter-Dox, Facharzt für Psychiatrie und Psychosomatik. Und wir wollen über die Herausforderungen und Probleme sprechen, meiner Generation, 40 plus, wie wir mit verschiedenen Dingen umgehen. In dieser Sitzung geht es um die Beziehung, Beziehungspflege, um Konflikte, um Sex auch. Und auch um die schwierige Frage, worauf sind wir selbst eigentlich stolz? Mit der Frage, was ist Gift in Beziehungen, gehen wir auch gleich rein in die zweite Therapiesitzung. Die meisten Beziehungen enden ja nicht mit einem großen Knall, sondern es gibt so die kleinen Gewohnheiten. Die Routine schleicht sich ein, man geht sich immer mehr aus dem Weg, man verliert mehr die Achtung, man verliert den Respekt. Das ist so das Gift der Gewohnheit, was so langsam kommt und wo du dich so auseinanderlebst. Und bei uns war das so, dass wir eben nach 15 Jahren mit einmal gemerkt haben, wir haben gar nichts mehr miteinander am Hut. Aber wann beginnt sowas? Also meine Hoffnung ist natürlich, dass ich das noch so, also dieses Glücks oder viele glückliche Momente und Zufriedenheit lange konservieren kann. Und dass das für meinen Geschmack ewig so weitergehen könnte. Ja, aber letztens hat irgendein bekannter Philosoph gesagt, Glück macht blöd. Und das ist für dich auch ganz richtig, weil wenn du immer in so einem Zustand der Zufriedenheit bist, dann hast du gar keinen Antrieb mehr, irgendwas zu verändern, was zu tun. Es ist ja wichtig so, dass du noch immer was für die Beziehung tust. Also gerade im Bereich der Sexualität erlebe ich es oft bei den Partnerschaften, dass eben die Männer wollen gerne Sex, die Frauen wollen weniger Sex. Und meine erste Frage ist dann immer... Ist das nicht ein Vorteil, dass es so, also gendermäßig so verteilt ist, die Männer wollen immer, die Frauen immer weniger? Nein, also die Männer wollen nicht immer, aber auf jeden Fall ist es in der Praxis immer noch das Thema, dass die Männer viel mehr wollen und die Frauen viel weniger wollen. Aber das liegt nicht daran, dass die Frauen weniger Lust haben, sondern es liegt daran, dass die Menschen sich keine, also keine Ideen, keine Fantasien haben, sie geben sich keine Mühe für. Also meine erste Frage ist immer, was tun sie denn für eine schöne Sexualität? Und da gucken mich beide immer ganz groß an. Was tun sie denn für Erotik? Und dann sieht man, dass sie halt die letzten Jahre immer was gegen die Erotik getan haben. Also ein klassisches Beispiel, die Geschichte mit dem Jogginganzug, sich abends so schnell wie möglich so... Was macht man, wenn man nach Hause kommt? Man kommt rein und sagt, boah, hallo. Und dann macht man sich so schnell wie möglich unattraktiv wie möglich. Man ist ja nicht mehr so, dass man sich attraktiv macht und für den Abend vorbereitet, sondern man hat die Achtung verloren. Das ist das Erste, was ist. Also der größte Fehler, der ganz schnell passiert. Und ich muss sagen, ich habe damals auch die Achtung verloren. Ich habe eben einfach mir viel zu wenig Zeit genommen. Ich habe mich nicht mehr geworben. Ich habe mich nur noch um meine Arbeit gekümmert. Und dann verliert es sich halt. Und so sind viele Beziehungen. Ich habe das Gefühl, das Thema Sexualität ist so auch Teil unserer Kommunikation. Also insofern hätte ich großen Schiss davor. Also ich beobachte es schon im Freundes- und Bekanntenkreis, dass wenn man mal 10, 15 Jahre zusammen ist, wobei das wahrscheinlich viel früher schon einsetzt, Leute nicht mehr, ich sage es mal so salopp, miteinander in die Kiste gehen. Und dass das dann aber irgendwie auch so hingenommen wird als, naja, ist ja logisch, wenn man so lange zusammen ist. Und dann lese ich ja auch ständig, werde ich damit zugeballert irgendwie. Also Verliebtheit und körperliches Begehren ist im Grunde genommen nach anderthalb Jahren vorbei. Ja, das ist aber wirklich arg früh. Wenn du nichts dafür tust oder so. Und deswegen glaube ich, nehmen das viele Leute hin als gegeben so. Das ist halt so und damit müssen wir uns abfinden und arrangieren. Kann ich mir für meinen Teil schwierig vorstellen, weil, wie gesagt, Sexualität, so empfinde ich das in meiner Beziehung, so ein Teil der Kommunikation auch ist. Und wenn das nicht mehr stattfinden würde, dann wäre, also dann würde extrem viel fehlen. Und ich weiß nicht, ob wir da jetzt besonderes Glück haben oder was es ist. Wir leben ja auch dieses Modell, du weißt es von mir. Ich bin ja zum Arbeiten nicht bei mir vor der Haustür zu Hause, sondern bin immer weg. Das heißt, eigentlich können wir auch ehrlich sagen, dass wir über unsere Beziehung hinweg 50 Prozent der Zeit, wir uns sehen, 50 Prozent nicht sehen. Das steigert vielleicht das Begehren und das Verlangen auch. Man sagt ja, also die LEDs heißen, die Living and Part Together sind die besten Beziehungen, wo man einfach wirklich einen Teil nur der Zeit miteinander verbringt. Also Living and Part Together ist natürlich was, was wir mit Paartherapeuten gerne mögen, weil es natürlich schön ist, du bist zusammen für die Zeiten, wo du dich gut verstehst. Wo du dich gut verstehst, bist du einfach nicht zusammen. Das ist ein sehr positiv orientiertes Lebensmodell. Das würde ja bedeuten, man muss sich ab einem gewissen Zeitpunkt räumlich voneinander trennen und das macht auch keiner. Nein, das macht auch keiner. Aber es ist auch ein Kernsatz der Paartherapie, Distanz schafft Nähe und Nähe schafft Distanz. Dieses immer aufeinander hocken, das macht dann etwas, dass du dich sozusagen freibeißen musst. Du kennst das vielleicht auch so, Beziehungen, wo du, da kommst du schon ins Haus rein, du merkst die Spannung. Inzwischen habe ich ja auch Paare, die ihre Handys parallel geschaltet haben und dann gucken, wo der andere, die können sich gegenseitig tracken, lesen ihre Chats mit und so weiter. Das ist zu viel. Das ist der Verlust, was ich schon mal oft gesagt habe, der Eigenidentität. Du musst auch noch gucken, dass du die eigene Person bleibst in einer Beziehung. Ich finde halt dieses andere Modell, wo man denkt, man ist jeden Tag zusammen, man hat jeden Tag die Kinder gemeinsam, man muss alles gemeinsam machen. Das ist oft der Tod der Liebe. Vor allen Dingen, weil man sich auch keine Mühe mehr gibt. Dieses Werbeverhalten, das berühmte, sowas, was man einfach nach ein paar Jahren vermisst oder nicht mehr macht, wo man sich nicht mehr attraktiv macht, wo man die Achtung verliert. Das ist das Schlimme bei der ganzen Geschichte. Du tust nichts mehr. Das Irre ist ja, wenn wir uns am Anfang kennenlernen, dann machen wir eine sehr lebendige Sexualität und machen vielleicht auch viele Experimente. Und dann baut es sich immer weiter ab. Nachher küssen wir nicht mehr, dann streicheln wir nicht mehr und dann schlafen wir noch miteinander und dann machen wir auch das nicht mehr. Und das Schlimme ist immer die Wortlosigkeit. Also bei meiner ersten Beziehung war das auch so und wir haben einmal fünf Jahre nicht drüber gesprochen. Mit einem war die Sexualität weg, aber man hat nicht drüber gesprochen. Das ist das Schlimme in Beziehungen. Dieses Nichtreden. Ich habe zum Beispiel Beziehungen, die schon lange keine Sexualität mehr haben und in der Therapie besteht darin, dass wir erstmal wieder verbalisieren müssen. Dass die Paare sich angucken und sagen, weißt du was, wenn ich nicht so ganz verklemmt wäre, wie ich bin, dann würde ich dich jetzt küssen. Dann würde ich dich streicheln oder ich würde dir langsam die Bluse aufmachen. Und die erzählen sich das. Und dann fangen sie wieder an zu verbalisieren, weil das Blöde an der Geschichte ist, die Sexualität löst sich ganz auf. Und wenn das Reden nicht, also du hast gesagt, Reden drüber, dass sozusagen die Erotik wiederkommt, aber gibt ja was... Nicht nur Reden drüber, Tun auch. Also aktiv was tun. Sich verabreden? Nein, verabreden ist so eine Sache, aber ich kann Sex zu heiß nehmen, ich kann Filme schauen, ich kann erotische Literatur lesen. Also das ist ganz interessant, ich muss manchen Paaren regelrecht unanständige Worte beibringen. Also ich habe so einen Paar, da hat er immer zu ihr gesagt, darf ich meinen Penis in deine Scheide stecken? Das ist etwas unerotisch. Hört sich nicht wahnsinnig geil an. Nein, hört sich nicht so geil an. Oder ein anderer, ich frage ja die Paare immer... Ich meine, wir sitzen zusammen, es hört ja keiner zu, übersetzt mir das. Ich möchte meinen Penis in deine Scheide stecken, heißt in geil als Ratschlag vom Therapeuten wie? Also vom Therapeuten, soll ich das jetzt sagen? Ja, natürlich. Da schäme ich mich jetzt einfach. Nein, du schämst dich das für mich über gar nichts. Hast du Lust zu ficken, heißt das einfach. Hast du Lust zu ficken? Ja. Ja. Aber ich würde auch das noch nicht mehr sagen. Sondern? Sondern ich würde einfach was tun. Also ein anderer zum Beispiel, der legt immer Tempotaschentücher auf den Nachtschrank, dann weiß die Frau, dass Mittwoch ist. Oder er sagt, dass Mittwoch ist. Oder ich hatte mal vor vielen Jahren einen Staatsanwalt, der hat jeden Sonntagmorgen um 9 Uhr bis 9.11 Uhr Sex gehabt. Und kam dann nach 25 Jahren und sagte zu mir, Herr Dox, ich habe jetzt Probleme mit der Potenz. Da habe ich gesagt, herzlichen Glückwunsch, dass das 25 Jahre lang ging. Von 9 bis 9.11 Uhr? Dass er um 9 Uhr aufwachte oder hatte um 9 Uhr die Erektion und bis 9.11 Uhr hat er sie abgearbeitet. Und das war der wöchentliche Sex, den sie hatten. Also das zeigt einfach nur, wie wenig Menschen wirklich offen sprechen. Und das kann für die Frau, war das natürlich auch nicht schön. Ist ja für niemanden schön. Aber das Interessante in Beziehung ist ja nicht nur Sexualität, sondern dass wir über die Dinge, die wir haben, nicht sprechen. Unsere Bedürfnisse nicht aussprechen. Und was ich immer sehr klar sage, ist immer die chronisch unausgesprochenen Konflikte in Beziehung. Sprichst du alles an bei dir? Aber bitte, Entschuldigung. Sprichst du alles an? Ja, ich wollte gerade darauf hinaus. Du brauchst ja auch ein Gegenüber, das du ansprechen kannst und das die Ansprache irgendwie haben will oder sich anhört. Ich würde sagen, ja, ich spreche vieles, aber bestimmt nicht alles an. Aber in Bezug auf Sexualität sehr viel. Und was ich da beobachte, und das finde ich irgendwie cool, dass je länger wir zusammen sind und je länger wir Sex miteinander haben, desto mehr sprechen wir auch an und so. Ja, weil mehr Vertrauen da ist. Das gehört schon dazu. Also es ist nicht ein Weniger an Kommunikation, sondern es ist eigentlich so eine Entwicklung, die immer weitergeht. Manchmal denke ich mir so, okay, wo führt das hin? Also wenn wir immer so nochmal so einen draufsetzen wollen, um so in Abschnitten neue Attraktionen zu finden, so wo führt uns das dann aber irgendwann hin? Weil ich meine... Ja, irgendwann ist mal Ende, oder? Ja, siehste, und davor hatte ich auch Schiss. Also von daher... Also ist da ein Ende, oder was? Ja, ich muss sagen, ich habe es für mich halt immer so gelöst, dass ich dann die Partner wechsle. Na super, das finde ich jetzt... Das ist vielleicht nicht die beste Lösung. Aber für mich war es eine gute, oder ist es eine gute Lösung? Das heißt, wenn sich die Sexualität... Ich meine nicht nur die Sexualität, aber irgendwie Beziehungen laufen sich ja auch leer. Irgendwann ist es ja... Ich meine ja irgendwann, wir haben schon mal drüber gesprochen, glaube ich, dass wenn die Kinder aus dem Haus gehen, irgendwann verändern sich Beziehungen, ja. Ja, und es ist die Frage, wann ist der Zeitpunkt gekommen, weil man sagt, also bleiben oder gehen ist die Frage? Der Zeitpunkt ist ganz einfach, wenn das Gefühl weg ist. Aber dazu muss man sich natürlich einfach mal Zeit nehmen und sich hineinfühlen. Die meisten leben ja so vor sich hin, dass sie gar nicht mehr sich die Zeit nehmen und sagen, was fühle ich eigentlich noch für dich? Was ist da noch? Und vor allen Dingen, was tun wir noch dafür, damit wir überhaupt Gefühle haben? Was ist denn dein Werbeverhalten? Was tust du denn ganz bewusst, damit deine Beziehung auch so glücklich ist oder so schön ist, wie du sagst? Jetzt konkrete Frage wieder an mich? Was machst du ganz konkret, damit deine Frau dich weiter liebt, damit das lebendig bleibt? Kannst du ruhig länger nachdenken. Ja, muss ich kurz drüber nachdenken, weil dieses Thema im Sinne von, also ich, wobei das fällt mir leicht, ihr das Gefühl zu geben, dass ich sie begehre, dass ich sie toll finde, dass ich sie lustig finde, da muss ich mir ja keine Mühe geben. Ja, sagst du sie ja? Ja, also du verbalisierst es. Ich verbalisiere es und ich zeige es ihr auch, indem ich sie in den Arm nehme, indem ich sie knutsche, indem ich sie anfasse und so weiter. Sagst du auch mal, ich liebe dich? Ja. Ja, schön. Ja. Weil das ist nicht allen Männern gegeben. Ich habe Leute, die sagen, ich habe es bei der Hochzeit gesagt, warum soll ich es ständig wiederholen? Die meisten Beziehungen sind relativ pragmatisch und sehr unromantisch. Das ist ungewöhnlich, dass Menschen wirklich sich bewusst Mühe geben, etwas für die Beziehung zu tun. Zum Beispiel Liebesbrief schreiben. Ich finde es immer so ganz interessant. Ich gebe vielen Paaren die Aufgabe, dass sie einen Liebesbrief schreiben sollen. Jedes Mal frage ich mich natürlich auch, wann habe ich den letzten Liebesbrief geschrieben? Also meiner ist ungefähr, glaube ich mal, fünf Jahre her. Nur? Nur, ja. Ja, aber da habe ich auch die Partnerin gewechselt. Aber wenn ich, glaube ich, in einer festen Beziehung wäre, wann hast du denn den letzten Liebesbrief geschrieben? Einen Liebesbrief. Nicht einen Zettel. Ich kann mich nicht erinnern, muss ich gestehen. Also Zettel ist jetzt, finde ich, auch ein bisschen despektierlich. Dass man so rein sieht, ich vermisse dich, solche Zettel. Nee, Zettel nicht. Aber einen richtigen schönen Liebesbrief. Hast du überhaupt mal einen geschrieben? Ja, doch habe ich. Ja? Und deine Frau? Ja, ich glaube sogar, dass sie welche aufgehoben hat. Ja. Irgendwo. Ist doch was Schönes. Heute macht man das per WhatsApp, oder? Also, ich finde es so schön, wenn ein Brief hat, was ganz anderes, finde ich, von der Qualität her. Ja, krass. Nee, habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr gemacht. Also, das ist das einzige Pendant, sage ich mal, was es bei uns noch gibt. Das ist Tradition, dass wir uns zu den jeweiligen Geburtstagen schon, aber das ist im Kartenformat zugegebenermaßen, aber da stehen dann immerhin schon so Sachen drauf, die mir jedes Mal vor Rührung und Freude die Tränen in die Augen treiben. Und auch selbst, wenn ich da selbst schreibe an meine Frau, aber das geht eben über das Kartenformat zugegebenermaßen nicht hinaus. Also, das ist kein Liebesbrief. Aber ich wollte nochmal auf diese Beziehung zurück, wo wir gerade eben gesagt haben, die haben nicht mehr diese Kommunikation oder diese Sexualität. Die haben die nicht mehr, ist falsch. Die haben sie noch nie gehabt. Menschen haben nicht, und in unserer Zeit heute, kommunizieren sie immer weniger. Sie kommunizieren per WhatsApp oder per Mail sogar noch oder sonst was. Aber sie kommunizieren immer weniger direkt. Aber ist das nicht vielleicht okay? Ich meine, wenn sie keinen Leidensdruck damit haben, und sich da eingerichtet haben und sich damit wohlfühlen. Das ist doch auch ein Credo von dir, wo du immer sagst, hey, mach nicht ein Problem dahin, wo keins ist. Also, wenn es damit kein Problem gibt und wenn es dann irgendwann zum Problem kommt, dann gibt es zwei Varianten. Entweder wir rennen zum Doc und gucken, was noch an Gefühlen da ist und ob wir uns Tipps holen können oder wir trennen uns aber. Zack. Oder wie seht ihr das? Wie ist das mit der Kommunikation in unseren Beziehungen? Hängen wir tatsächlich zu viel am Smartphone ab oder hängen wir auch noch genug gemeinsam ab? Und ist die Kommunikation, die wir miteinander haben, noch innig genug? Ja, aber du hast vorhin danach gefragt, woran erkenne ich, wann ich mich trenne? Also, das Kriterium ist sehr eindeutig, wenn das Gefühl weg ist. Aber ob das Gefühl weg ist, dafür muss ich mir Zeit nehmen. Das kann ich nicht einfach so. Deswegen ist es zum Beispiel das, was du nicht so gerne magst, allein sein. Deswegen ist allein sein so wichtig und sich einfach dem nochmal zu stellen. Ich finde ein Wesen, mich fragen oft Leute, was ist denn Liebe? Oder was bedeutet denn Liebe? Und ich finde, ein Kriterium ist für mich immer, wenn ich jemanden vermisse. Und wenn ich aufhöre, jemanden zu vermissen, dann würde ich nachdenklich werden. Wenn ich merke, der oder die fehlt mir gar nicht mehr. Und wenn ich dann noch merke, dass ich gar keine Lust mehr habe, zu sagen, du liebst mich. Oder zu sagen, ich begehre dich. Das Begehren geht ja weg auch. Und da muss man sich fragen, was tun wir auch für das Begehren? Und ganz kritisch finde ich immer, du sagst ja wahrscheinlich, du bist wahrscheinlich dafür, dass man ehrlich ist in der Beziehung, oder? Möchtest du das? Jein. Also da, nee, ich glaube, das hat schon Einschränkungen. Ich, ich, nee, also das kann ich nicht komplett bejahen, dass ich sage, radikale Ehrlichkeit, nee. Ja, aber wenn deine Frau dich fragt, habe ich schöne Beine. Und sie hat aber jetzt seit fünf Jahren schon mächtig Zellulitis. Würdest du ja sagen, ich finde, du hast aber schon ganz schön Zellulitis. Das wäre ja ehrlich. Ja, scheiß Situation. Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Das ist ja kränkend. Ehrlichkeit kann ja kränkend sein. Ja, ist es auch. Aber wenn es keiner sagt, dann ist es, ich hatte mal so einen Vorstandsvorsitzenden, der hat mir gesagt, Herr Doktor, die Leute nehmen immer Abstand, wenn ich komme. Dann habe ich gesagt, ja, sie haben Mundgeruch. Das hat ihm keiner gesagt. Weil keiner einem Vorstandsvorsitzenden sagt, dass er einen Mundgeruch hat. Also manche Sachen sind ehrlich, aber sie kränken. Und das ist unheimlich wichtig, finde ich, abzuwägen. Ja, aber. Also was machst du jetzt mit der Zellulitis? Ich glaube, ich bin, also wenn, meine Frau würde jetzt sagen, dass ich sehr wohl kränkend bin. Und zwar jetzt nicht nur beim Thema Ehrlichkeit, sondern ich übertreibe dann auch. Also wir haben schon innerbetrieblich in der Beziehung den Hang dazu. Innerbetrieblich, das hast du sehr, sehr romantisch ausgeführt. Ja, doch. Also ich glaube, wir hängen uns schon auch ganz gut hin gegenseitig. Das hat eine spezielle Art von Humor, der teilweise auch sehr derbe ist und sehr hemmsärmelig. Und da schlage ich oft auch drüber und werde verletzend und kränkend. Von daher bin ich eher im Team nicht nur ehrlich, sondern überehrlich, oder dass ich Dinge sage, die auch... Und du kannst es selber auch annehmen, wenn dir das jemand sagt? Ja, natürlich schwer, klar, aber ich muss es. Bist du eigentlich, du bist kränkbar, oder? Du bist sehr kränkbar, oder nicht? Naja, sehr kränkbar ist, also kränkbar, alle sind meine Kinder in einer sehr guten Position, mir Dinge zu sagen, um die ich weiß, und sie deuten aber mit dem Finger in eine Wunde. Und natürlich versuche ich erst mal zurückzuschlagen, aber ich merke, dass es mich trifft und dass es mich auch beschäftigt. Und dass ich schon denke, so, ja, sie haben ja leider recht, so, in vielen Dingen. Bei meiner Frau ist das genauso. Es gibt schon Punkte, wo ich sage, so, zum Beispiel, dass ich kränkend sein kann, und dass ich irgendwie, in manchen Situationen, hier, alles hört auf mein Kommando mir nach, und ich weiß, wo es lang geht, und so weiter, und so fort. Und dadurch natürlich, in dem Zusammenhang bei Auseinandersetzungen, andere klein mache. Warum darf man nicht einfach so sein? Mit allen Mängeln, also wir sprechen ja nur von den Defiziten. Kannst du mir ein paar Sachen sagen, auf die du stolz bist, wo du jetzt einfach sagst? Darauf bin ich, ich bin einfach ein guter Typ, oder so. Gibt es das? Wie das Patienten bei mir machen müssen, dass sie so vor 160 Leuten einfach mal drei Sachen sagen, die richtig gut an ihnen sind, was unheimlich schwer ist als Übung. Was ich auch als Übung für mich mache, immer wieder. Ja, füll nur die Zeit mit deinen Fragen. Lass die Frage länger werden, dann kann ich länger drüber nachdenken. Sag mal ein paar Sachen. Sag doch mal hier, heute unter uns, heute unter uns. wenn du dich gut findest an dir. Boah, an der Stelle wurde es echt schwierig für mich. Das klingt so einfach, dieses, sag doch mal gute Dinge über dich selbst. Auf was bist du stolz? Versuch das mal selbst, zu überlegen, was fällt euch da ein? Also mir ist dann irgendwann doch noch was eingefallen. dass ich großzügig bin, dass ich zuverlässig bin, dass ich liebevoll bin, dass ich begeisterungsfähig bin, also im Sinne von, dass ich andere begeistern kann für Dinge, die mich begeistern. Das finde ich, glaube ich, gut. Findest du, dass das stolz ist, was du gerade, wie du es relativierst auch schon, finde ich, glaube ich, gut? Kann man einfach mal sagen, ich finde das, ich bin der totale Knaller, weil ich bin der absolut gute Liebhaber, ich bin der super Liebhaber, ich bin so intelligent wie kein anderer, ich bin so attraktiv wie kein anderer, ich bin ein unheimlich attraktiver Mann. Kannst du das sagen von dir? Nee. Nee, gell? Nein, aber warum sollte ich das sagen wollen müssen und so weiter? Ja, weil es gut ist, immer auf sich stolz zu sein, statt immer nur die Defizite aufzuzählen. Also was wir machen, wir leben, wir sind ja Psychiater, leben ja davon, dass die Deutschen sehr trainiert sind, darin ständig nur zu erzählen, was schlecht ist und ihre Defizite aufzählen. Und das ist so wichtig, das beste Antidepressivum ist Narzissmus. Das beste Antidepressivum. Oh, schwieriges Stichwort. Schwieriges Stichwort. Narzissen sind toxisch und voll Alarm und so weiter. Achtung, Vorsicht vor Narzissen und wie ich mit ihnen umgehe und wie ich sie von mir fernhalte. 58.000 Bücher hat man damit gefüllt. Wir sind alle kleine Narzissen. Narzissmus bedeutet nur, dass wir Anerkennung brauchen. Und wir alle brauchen Anerkennung. Wir brauchen Anerkennung, wie die Pflanzen das Wasser. Das ist nur die Frage, wie hole ich mir die? Also hole ich mir die, indem ich irgendwie tolle Sachen mache oder indem ich die anderen klein mache? Ja, das ist der bösartige Narziss und der gutartige Narziss. Der bösartige macht die anderen klein, weil er überzeugt ist davon, dass er halt eher der tolle Typ ist. Ich bin dagegen ein gutartiger Narziss. Ich mache unheimlich viel, um mehr Anerkennung von anderen zu holen. Ich bin mir selber, ja, ja. Ich bin ein gutartiger natürlich. Aber ich bin ein gutartiger im aktiven Modus. Das heißt, ich bin ein Narziss, der macht unheimlich viel. Und ich mache meine Vorträge nicht für die Leute, sondern ich mache die für mich, weil ich das Klatschen brauche. Oder wenn ich Leuten helfe, wenn ich als Arzt helfe, dann mache ich das für meinen kleinen Narzissmus. Mutter Teresa war die größte Narzissin, das darf man vielleicht gar nicht laut sagen, aber die machen das alle. Der Hausarzt, der nachts durch Schnee und Eis läuft, der macht das nicht für die Patienten, der macht das für seinen Narzissmus. Aber das ist der gutartige Narziss. Da haben die anderen ja was davon. Und es gibt dann noch die gutartigen Narzissen im passiven Modus. Das sind diese ganz unangenehmen, die wollen so beachtet werden, aber sie tun nichts dafür. Ich bin ja einer, der flattert die ganze Zeit mit dem Flügel, um beachtet zu werden. Aber der passive, der sitzt dann, der sagt alle halbe Stunde mal einen Satz und dann sagt er so in einer halben Stunde, also es ist Viertel nach neun und alle sagen, wow, er hat wieder das so klug, was er gesagt hat. Und wenn man das noch nicht macht, dann ist er natürlich total beleidigt. Das sind die stillen, klugen, das sind die ganz unangenehmen, diese passiven, gutartigen Narzissen. Okay, aber jetzt nochmal darauf zurück. Du stellst fest, dass wenige von... Narzissmus ist ein guter Schutz gegen Depressionen. Okay. Stolz sein auf sich ist ein guter Schutz gegen Depressionen, weil der Depressive macht sich immer runter, er entwertet sich die ganze Zeit und es ist so wichtig mal zu sehen, was habe ich für Fähigkeiten, was kann ich. Aber was ist das für eine Kategorie, also in der Mitte des Lebens, sprich, wenn du in deinem Job, den hast du schon einige Jahre gemacht und bist da gelandet, wo du gelandet bist, in deinem Freundeskreis bist du gelandet, wo du gelandet bist, deine Partnerschaft führst du so und so, deine Familie eventuell, wenn du hast so und so und dann stehst du da und sollst du dir da eine Liste machen mit Dingen, worauf kann ich denn stolz sein, also was für Kategorien sind das, ist das nach dem Motto, ich habe ein Häuschen gebaut. Das ist eine hohe Leistung, du bist bei Leistung, darum geht es nicht. Nicht auf das sein, was ich geleistet habe, sondern auf die Dinge, wie ich mich entwickelt habe. Ich kann ja mal stolz sein darauf, dass ich einfach zum Beispiel überlebt habe. Also bei mir ist es so, dass ich stolz darauf bin, dass ich überlebt habe, weil ich ziemlich schlimme Dinge durchgemacht habe. Wenn ich heroinsüchtig war, da kann ich stolz sein, dass ich diese Heroinsucht, dass ich einen kalten Entzug gemacht habe und habe den geschafft. Darauf bin ich stolz zum Beispiel, darauf kann man stolz sein. Also jetzt geht es wohl, dass ich mich zu einem halbwegs vernünftigen Menschen entwickelt habe. Dass ich halt Qualitäten, menschliche Qualitäten habe. Ich muss ja nicht immer nur gucken, was alles schlecht an mir ist. Das heißt, dieses immer sich abwerten macht natürlich depressiv. Und deswegen ist es so wichtig, gegenzustrahlen, sich morgens mal aufzustehen und sagen, hey super, meine Füße sind gesund, meine Beine sind gesund, meine Arme sind gesund, mein Kopf ist gesund. Und ich sage mir, das sind Basics. Aber das ist eine viel bessere antidepressive Therapie, wenn ich Menschen Achtung gebe, wenn ich ihnen Respekt gebe, wenn ich ihnen Komplimente gebe, ist viel besser, als wenn ich ihnen Medikamente gebe. Wir halten an dieser Stelle fest, es gibt Gefühlslagen, Situationen und auch Krankheiten, da brauchen wir Medikamente und da sollten wir auch nicht drauf verzichten. Alles natürlich unter ärztlicher Beobachtung, mit ärztlicher Unterstützung. Da kennt sich der Dox auch aus und als Psychiater weiß er auch, was in unserem Hirn vor sich geht. Jedes Hirn ist anders, jedes Hirn hat andere Botenstoffe, ist anders verschaltet. Das, was du sagst, kommt bei mir völlig anders an, was ich sage, bei dir völlig anders an. Und deine Wahrheit von dem heutigen Tag ist ganz anders als meine. Wir haben ganz andere Botenstoffe. Wir können nie das Gleiche denken. Wir können nie das Gleiche fühlen. Was ist deine Wahrheit, resümierend, zu unserer heutigen Sitzung, zu unserer heutigen Zusammenkunft? Also ich fühle mich unheimlich wohl. Ich fühle mich total wohl, mit dir über dieses Ding zu reden. Und für mich ist es eine sehr angenehme Wahrheit, die ich so für mich konstruiert habe. Aber natürlich nehme ich es ganz an. Ich nehme die grüne Couch ganz anders wahr als du. Für mich ist es ein anderes Grün. Mein Hirn ist ganz anders als deins. Und es gibt so einen Grundsatz in der Paartherapie, und der ist wirklich sehr richtig, nämlich beide haben recht. Kennst du das vielleicht auch, wie Paare wirklich streiten können ohne Ende, weil sie denken, ich habe, wie ich die Dinge sehe, ist es aber richtig. Das kann man, ja. Da geht ja hin, dass gestraft wird, bis hin, dass Sex verweigert wird, weil bis du mal sagst, dass ich recht habe. Ja. Und dass man einfach mal versteht, es gibt keine Wahrheit, es gibt kein richtig. Beide haben recht. Es ist aber auch eine schöne Strategie, um einen Streit zu beenden, der irgendwann anstrengend wird, zu sagen, ja, du hast ja recht. Das gibt ja immer so schön, die Männer sagen dann gern zu ihren Freunden, sei doch mal objektiv. Und was sie damit meinen, ist, seh die Dinge doch so, wie ich sie sehe. Und das Hirn kennt keine Objektivität. Das Hirn nimmt die Dinge immer subjektiv wahr und alles, was mit Gefühlen besetzt ist, ist subjektiv, aber es ist meine Wahrheit. Das heißt, ich kann auch niemanden überzeugen. Ich kann auch niemanden überzeugen. Er sieht es, wie er es sieht. Wenn du das kennst, du fährst von dem Abend weg und meine Frau hat es völlig anders wahrgenommen, als ich. Und dann sage ich ja, du hast recht. Und dann, wenn sie, das ist doch riesig, dass sie das anders sieht, ist doch ein Reichtum. Was für ein Reichtum der unterschiedlichen Wahrnehmung. Also beide haben recht, das ist wirklich, das kappt so ganz viele Streits, die man in der Ehe mit Leidenschaft ausführt. Was nehmen wir heute mit bezüglich unserer Gefühle? Gefühle abklopfen, ganz wichtig, immer wieder machen. Und wie groß ist eigentlich noch das Gefühl des Vermissens? Und dann natürlich die Frage, auf was sind wir eigentlich stolz? Probiert das mal aus. In der nächsten Folge 40 plus die Podcast-Therapie geht es um die Eigenidentität, das heißt um die Frage, wer bin ich jetzt eigentlich?